Tess, Tess, ok. Hallo, ich bin Jakob und ich werde heute elf. Elf Jahre alt. Zwei Jahre, bis es losgeht. Da bin ich fucking Jugendlicht, fucking Teenager, auf mein fucking fucking Coolinger macht, yo man. Und ständig der Druck, jetzt was krasses machen zu müssen. Ja! Das sieht überhaupt nicht nach Spaß aus. Das sieht aus, als Winnie für eine Klausur lernen. Frank Wedekind, Frühlingserwache. Ich will halt was erleben. Kann doch nicht sein, dass in einem Stück aus dem 19. Jahrhundert mehr passiert als bei mir. Ich will was spüren. Irgendwas. Hauptsache es ist mir leidweilig. Schnapp gerne rein. Oder küsst mich. Einfach so. Nein, seitdem wir Frühlingserwache lesen, drehen alle komplett durch. Wir müssen laufen. Wir müssen gerade im Hof werden. Ich gehe nach Hause. Lass mich los. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause. Vor den Augen verdunkelt sich's. Und dann flattert das Untier rein. Und immer sehe ich dich in meinen Gedanken über mich weinen und schimpfen. Wenn du wüsstest, was wir gerade treiben, du würdest mich nicht mehr kennen. Es tut mir leid. Ich bin eine schreckliche Tochter. Mama? Gut, ihr Mann. Meine Mutter? Nee. Scheiße. Warum schmeißt ihr eure Handys weg und benehmt euch wie Vollidioten? Das versteht ihr nicht? Meine Eltern bereite ich nur Sorgen. Sie hätten 100 bessere Kinder haben können.